Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier geblieben! Also, was ist jetzt? Wie, was ist jetzt? Wie, ich kenne die beiden nicht. Wir haben sie reingelegt. Wie? Bitte sehr, Herr Kress. Danke. Mögen Sie auch einen Kaffee? Ja, gerne. Vielen Dank. Danke. Du, ich brühe mir jetzt einen Tee auf. Soll ich dir einen mitmachen? Zum Aufwärmen. Der Herr Oberstaatsanwalt ist jetzt frei. Du, das mit uns am Mittagessen wird heute leider nichts mehr. Ich bin schon auf dem Sprung und esse gerade noch einen Happen. Ein Mandant von mir wird heute freigelassen. Böse Geschichte. Er saß 25 Jahre und muss sich jetzt von Kindern fernhalten. Nein, bei dem ist das anders. Seine Frau hat sich im letzten Winter das Leben genommen. Und seine Tochter weiß nichts von ihm. Das wird ein Nachspiel haben. Das können Sie mir glauben.